Frans Bleu, Frans Bleu, Elsass Jeden Tag reden wir jetzt von was ein bisschen im Ländl passiert und heute erwähnen wir Elsasser Kabaretts, das hat er gern, mit dem dreurigen Wetter huckt man lieber so in der Festsaal für gute Lachen Für die Funze reden sind wir mit dem Jean-Jean Irrsfeld, bonjour Bonjour Ihr sind, jetzt ist mir eine Freude, Neukirisch, du spielt das Brennkessel Ihr seid aber nicht mehr von Neukirisch Nein, Neukirisch spielt das Brennkessel und das Brennkessel spielt der Zitter 1984 Und was hat ihr da gemacht? Und ich bin Meir von Trimbach, Navetraud, Lurchdorfer Aber ich schreibe, glaube ich, Text für sie Richtig, ich schreibe Text und helfe bei der Mise-En-Seine Die Mise-En-Seine ist gemacht und mit allen Das ist eine kollektive Arbeit und alle mitmachen Das ist ein Meir, wie viel dabei ist für das Elsassische? Genau und schon lange und wahrscheinlich immer Aber das können wir immer unterstützen Wir werden schon mal auch Trimbach entdecken, wenn wir schon da sind Und wir werden auch vom Brennkessel reden Was ist ein bisschen die Kabarettgruppe Ein bisschen besser kennenlernen Und auch natürlich, was ihr da spielen wollt? Ihr neuer Revue vom Finster Vom Finster Vom Finster Vom Finster Vom Finst Vom Finster Vom Finster Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Kabarett. Bonjour, Jonathan. Guten Morgen, Hervé. Guten Morgen, Nola. Alors, vous nous emmenez au Kabarett, aujourd'hui, c'est cela? Oui, vous avez été sage. Hier sind prof, xin. On va aller au Brennkissele Kabarett. Mariette de Foun, met Jean-Georges Hirschfeld. Jean-Georges, schönemont, Brennkissele, wie lange dauert denn die Geschichte schon vom Brennkissele? Ah, das ist etwas, das schon lange dauert. Das dauert seit dem letzten Sonntag vom November 1984. Und seitdem, oh nein, du bist ja gar nicht da gewesen, seitdem er spielt und hat immer mehr Erfolg. Und ihr werdet auch zum Beispiel hier spielen, die neue Revue in 2019 vom Finsten. Das spielt er in Neukirisch, momentan, ab dem 2. Januar. Vom Samstagab. Vom Samstagab. Und was wird denn du gerade vom Finsten? Also, was ich gerne schreibe und sehe, was mir imponiert, sind die Persönlichkeiten, die man antrifft in den Straßen, in den Dörfern und auch in den Städten. So Leute, die ein bisschen in ihrem Wald wohnen und aus ihrem Fenster den Wald und die Ereignisse ein bisschen anders sehen als politiquement convenu. Und darauf bin ich dir noch mein Sketch. Und es ist zum Beispiel der Fall, mit Leuten, die zusammenkommen, auch von Statistik reden. Jetzt, was ist Statistik für jemanden, der so uns im eigenen Fenster auf den Wald lüht? Das ist dann nur der eine Fall. Ein anderer Fall ist auch der Strohwitwer, wissen Sie, die Frau ist in einer Talasso, irgendwo und kommt sie früh heim. Und das gibt es euch. Da gibt es auch Geschichten. Da gibt es euch so Geschichten. Und noch der Grossschmielblick, also das muss man sagen. Ein Milliardär in Amerika, ein so einer langen Ruder hier mit einem so einem Strübelbelz, der will uns im Willertal ein Willertaler Disneylanden machen. Da setzen wir uns auseinander mit dem Ding, auf eine Meererie. Aber zum Glück, zum Glück, lassen wir uns nicht zum Nachmachen und wocht nichts für uns. Da geht es wie auf einer Achterbahn, das wochtest du aber nicht schlecht gehen, ohne. Es ist wie gesagt ab dem Samstag, wir spielen es aber bis zum Urnung, gell? Wir spielen es bis an das Urnung. Und da ist noch Platz frei und die Platz, das ist wie beim Numero, beim Rémi, Thirion und Saint-Maurice. Also im 03-88-85-67-20. 0-3-88-85-67-20. Und das ist im Festzahl von Neukirch. Im Festzahl von Neukirch. Neukirch. Das ist der Präsident, der von Brennkesseler. Es wird gesungen, es wird gedanstet auf Elsassisch, es wird gespielt auf Drehsprisch, Französisch, Deutsch und Elsassisch. Heute sind wir als Elsassisch. Ah ja, das ist immer noch. Aber das kann man nur unterstützen. R.A.V., il faudra donc aller soutenir le Brennkesseler, aller les voir pour leur nouvelle Revue von Finst, donc à partir de samedis, dans la Salle des Fêtes de Neukirch. Merci Jonathan pour ces idées de sortie und so finden wir alles für die neue Revue vom Feinsten. Merci, dass es noch zu uns gekommen sind. Und wir werden uns wieder einladen, nächstes, wenn es los ist, in Trimboch immer mit viel Freize, wenn man mehr wie so ein höchst Stultz ist, für Elsassisch zu reden. Das haben wir gerne. Auf Franz Bleu Elsass. Du hast es sehen, eine Zeit für Ihre Nour ist. Das ist ja noch 2.0. Wir sehen uns in den 8. Jänner. 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 Wir sehen uns in den 8.